In diesem Clip besprechen wir eine Besonderheit als Übung, die uns helfen soll, erstens die CQP-Syntax besser zu verstehen und andererseits unser Auge für unsere Datengrundlage zu schärfen. Denn zu wissen, was hinter Ihren Daten steckt, ist mindestens genauso wichtig wie zu wissen, wie Sie Daten erheben. Ein Beispiel, angenommen, ich untersuche den Gebrauch von Lovely zwischen Männern und Frauen. Ein Attribut, was das Geschlecht zurückgibt, ist U6. Also gruppiere ich mit Group Last Match U6. Das gibt mir 325 Belege für Females, 75 für Males, 36 für Unknown und 85 für None. Was heißt das? Nun, dafür müssen wir einerseits das BNC-Handbuch konsultieren, also wie die Informationen zu Males und Females erhoben bzw. klassifiziert wurden. Unknown steht in diesem Fall bei einer Person, deren Geschlecht entweder nicht erkennbar war oder die Person aus diversen Gründen diese Information nicht registriert haben wollte. None ist da technischer. Es sagt uns nämlich, dass bei 85 Lovely-Belegen gar kein Wert für das Attribut U6 hinterlegt ist. Warum? Diese 85 Belege kommen aus dem geschriebenen Teil und weil Attribute, die mit U beginnen, sich nur auf Äußerungen gesprochenen Teil des BNC beziehen, ist der Wert für geschriebene Belege eben 0. In diesem Fall heißt es also, dass wir 436 Belege aus dem gesprochenen Teil haben und 85 aus dem geschriebenen. Group Last Match Text Mode belegt das. Machen wir die Gegenprobe und gruppieren die Abfrage nach Geschlecht im geschriebenen Teil. Dafür gibt es das Attribut TextAuthorSex und wenn wir danach gruppieren mit Group Last Match TextAuthorSex, dann sehen wir 436 gesprochen sprachliche Belege, die hier so vier Striche haben. 46 Belege für Frauen, 15 von Männern, 19 von Menschen, deren Geschlecht Unbekanntes und 5 Mixed Belege, die also als Texten stammen, die mindestens zwei Autoren unterschiedlichen Geschlechts haben. Es gibt also technisches Unknown und außerweltliches Unknown. Ob man den Unterschied in der Analyse macht, hängt von der Fragestellung ab. Es gibt drei Lehren aus diesem Beispiel. Erstens, Attribute können auf unterschiedliche Korpusteile beschränkt sein. Dass U-Attribute nur auf den gesprochen sprachlichen Teil zutreffen, heißt im Umkehrschluss übrigens nicht, dass Textattribute nur für den geschriebenen Teil gelten. Zweitens, man muss genau das immer sehr kritisch beäugen, wenn man mit diesen Attributen arbeitet. Im Zweifelsfall lieber mehrfach die Abfrage stellen und ändern und mehrfach nach unterschiedlichen Attributen auszählen oder gruppieren. Drittens, was hinter Attributen und ihren Werten steht, haben meistens die Personen festgelegt, die einen Korpus erstellt haben. Solche Dinge zu wissen, kann weder CQP noch eine Infodatei in CQP leisten. Das heißt, dass man Kategorien und ihre Inhalte in offiziellen Korpusdokumentationen nachschlagen muss. Denn das kann auch für die Interpretation der Daten sehr wichtig sein.